Ziemlich knapp, ne? Ziemlich knapp, ne? Hab ja jetzt wieder die Binde am... Ne, dann Stichwort. Was denn? Ich hab das grad nicht verstanden, was ich gesagt hab... Das ist das große Ziel. Wenn sie weiter so spielen, dann sieht das richtig gut. Das sagt man mir nach. Das ist der Luschel. Ja. Das glaub ich... Null verischt. Das Knuffelverfahren ist... Dom nimmt's mit einen auf. Direkt zurück gespielt. Da kommt der Schuss. Oh, sorry, sorry, sorry. So, Situation bereinigt. Genau, sorry. Da soll doch den Dom gehen. Also ich hab voll durchgeladen. Ich versteh nicht, warum. Dann kam er an. Dynamo in der Offensive. Sie versuchen es. Den Ball kann sie festhalten. Klasse gemacht. Du hast auch gar keine Zeit, dann mal... Dich irgendwie frei zu laufen, dass du den Ball vielleicht fordern könntest. Der schmeißt ihn direkt einfach wieder nach vorne. Ja. Sie gehen dazwischen. Schönen Tag. Ich hab kurz den Fingerpum noch gesteckt. Hat er den Ball verloren. Hätte ich gemerkt, ey. Jawohl. Verwirrung gestützt worden. Sehr für den Pass. Verschied. Das ist Taktik. Dann schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann sehen wir... Die Traus kommt. Hehehe. 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 Aber das ist halt auch... Das ist aber auch extrem krass... wie das aushält, wenn der Martin Miksch da ist. Was der alles vor der Abwehr da wegkommt. Allein dazu billig. glaubt nicht hätten wir zwei davon wenn ich bin nicht arbeitslos da kommt der pass und schwingt ja noch mit einem kraftwerken er nimmt sich dort ganz locker sehr schön da hinten aber er muss aufpassen das war mir eben auch bestandst du eigentlich schon da haben doch ja das ist nicht immer gut aber in vielen situation ist das schon sehr hilfreich da hat er so schon auf den bocken da war ich gerade so sicher dass er an den Ball gekommen und wollte mich einfach anbieten wie ne Trepp dran wird ja super ja aber das ist halt so was zum Beispiel wenn ich krieg da Y und Theo spielt dann Gegner, guck mal Shona Linnio das ist aber braun geworden das sieht aber auch genau so aus wie unser Theo das ist der ostdeutsche Theo das ist doch schön ist der verschollene Zwilling jahrelang weggesprungen Boah habt ihr Platz da vorne Nein Boah Scheiße Nein und damit ist der Ball weg das ist auch Korte ja dann läuft der Ball sehr gut sie tun aktuell wenig für die Offensive aber sie müssen sich auch nicht zwingen jetzt hat sie mich da rausgezogen das ist echt nervend wir haben zugemacht Schumacher ok guter Einsatz aber jetzt Einwurf da wäre eine Platz um zu flanken der Vorderstehnen da hinten rüber das gibt es doch nicht schöner Spiel Toll Theo so viel mehr Haare als ich auf dem Kopf und dann gesehen sowohl als auch das zeichnet ihn einfach aus er lässt der Abwehr keine Chance Sie haben hier also den Ausgleich geschafft 1-1 1-1 ja sieht durchaus vielversprechend aus aber jetzt der Weg füllt mich kurz auf nicht guter Pass alles könnte was werden jetzt jetzt ist die Kugel weg ich glaube der hast nicht tut er wirklich ich glaube die Anzahl derer die dich nicht hassen ist geringer äh ne doch nö ah Schmerz naja doch rum das Dynamo kommen schlag party ist unterbrochen es gibt Einwurf ha 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 du hast uns aber auch ja man versucht auf Donnen auszuweichen langsam wird es gefährlich schönes Dribbling öhn defensiv machen sie es gut ach hei und abfüllen nein die haben hinten echt Lücken ne irgendwie kommt dann der schlubi schneller spiele noch geht dann mal einer durch schlubidubidu mit dem unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie es geht los mit dem zweiten Durchgang Bielen ja ich wollte provozieren tut mir leid ha 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 wenig oh schade stark Schöne Nacht Boah schade warum zieht mich denn jedes Mal da raus und dann kann ich mich hinlegen was ist das für ein Scheiß so die Chance jetzt dafür fehlt dann das Tor weiter geht es mit einem Einwurf schade gut gesehen vorteil hier ja das war genau richtig öh der Mann ist einfach überall dazwischen das gibt es gar nicht schön dazwischen gegangen scheiße wenn sie uns dem mal irgendwann abwerfen wenn sie uns dem mal irgendwann abwerfen die mitbrüßen sein jetzt können sie kontern jetzt ist der Platz da jetzt beide wollen natürlich diesen Ball jawoll eine rote Karte kassieren die auf jeden Fall ja der eine vorne von dem der eh keinen Bock mehr hat das passt ja auch zu unserer Spielweise die Leine der gelbe die Lacht 2 2 hier ist noch alles drin den 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 der Dommel der Hosentasche hat ja der hat das schon 2-3 Maarte noch mehr gegrätscht als der Ball schon längst wieder weit mehr gegrätscht war er merkt den Ball geklärt es gibt Einwurf ich will noch ein bisschen tanzen neben dem ach kacke ich gebe alles ich gebe alles fast gewonnen hast du doch ne das kommt von der Elmmann denn wenn die Lager die leute sie das das die 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 der von bord und den thema ist ein stau der Theo, der die ganzen Spiele über den linksten Zahadert, der ist von den Zählberglcheln jetzt eine ziemliche Lücke in der Offensive. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren. Das ist nämlich nicht in Ordnung. Oh, schade. Okay, mit vollem Körperbeinsatz. Ach, was? Das machen Sie draußen. Schönes Ding. Komm, geht raus. Respekt. Okay, ich bin draußen. Kommt hier. Klasse, wie Sie da Ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner, Ihr Spiel. Also, ich sitze jetzt vor der Haustür. Das machen wir jetzt. Und dann fällt das Tor. 3-1 heißt es also jetzt. Ihr braucht einfach immer die gleichen Scheiße. Die gleichen Scheiße. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Oh Gott, wie schlecht. Angriff von Dynamo. Da ist die Flanke. Oh. Oh, ganz stark. Ja, das ist ein zugreiftes Torwart. Vielleicht ist diese Ecke die Chance nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Gefahrbereinigt. Okay, mal das auf Abseits spekulieren. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Da hab ich doch nicht. Ich hab schon Gülli gezielt. Hey. 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 Komm. Oh, schade. Boah, ganz toller Typ, Junge. Einfaches A kann er dann nicht mehr. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Erlöst uns doch, ey. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Sonst auch so ein bisschen. Oder boon sogar schon die Fans. Jetzt ist aber was los hier. Entschlossen geklärt. Gibt das mal ne dritte Halbzeit denn? Da ist der Mann weg. Er zieht vorbei. Ja, da hab ich weggeflext. Sön. Diese Offensive steht. Da wäre Platz für einen Konter. Ja, stark. Schön geklärt. Der Kopfball. Ja, bei Kopfballen bin ich mehr so der IV. Ja, also der Defensive. Kein guter Pass. Weg ist der Wald. Äh. Dann. Ihr Daumen. Bitteschön. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten Sitzung. Das war's für heute. Das war's für heute. Bougie. Und die Fans sind unzufrieden. Und dabei geht's natürlich um den Satz von euch. Die Fans haben die Szene anders gesehen. Aber. Ich hab' in der EU-Partei schon keine ganz andere Situation. Und schlusslich. Ah, das war dann bestimmt weil ich jetzt...